Hi, mein Name ist Edgar, ich bin 22 Jahre alt und habe vor ein paar Wochen meine Ausbildung zum Automobilkauf und beendet, hier am Standort am Kaiserdamm. Und heute zeige ich euch mal, wie man alltaglich so aussieht. Hier sind wir jetzt in der Serviceannahme, wo wir die Fahrzeuge vom Kunden annehmen, begutachten und die Werkstattaufträge erfassen. Im Teilevertrieb stellen wir sicher, dass unsere Kunden mit allen nötigen Teilen rund um das Thema Auto versorgt sind, genauso wie wir die Teileverfügbarkeit für das Haus sicherstellen. Hier sind wir jetzt in der Auslieferungshalle. Das ist für den Kunden der schönste Moment, wenn das neue Fahrzeug bekommt. Und das Gute ist, in der Ausbildung könnt ihr live mit dabei sein und dem Kunden das Fahrzeug übergeben. Nachdem man die Ausbildung zum Automobilkauf und abgeschlossen hat, könnte in allen Bereichen ein Auto aus angesetzt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich zum Juniorverkäufer zu qualifizieren und dann dort die Karriere im Vertrieb zu starten. Ich wollte meiner Leidenschaft für Autos folgen und vor allem auch der Leidenschaft für die Marke BMW. Deswegen habe ich mich hier bei BMW beworben, habe die Ausbildung glücklicherweise erhalten und für mich war es wirklich sehr, sehr wichtig, dass ich einen abwechslungsreichen Beruf habe. Viel Kontakt mit Menschen, kein Tag ist wie der andere. Ich liebe die Automobilbranche. Die verändert sich ständig, vor allem aktuell. Und ich kann ein Teil davon sein und das wirklich aktiv mitgestalten. Und auch noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, als Azubi könnt ihr schon euren eigenen Traum-BMW fahren in der Ausbildung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.